Aber zuallererst werden wir mal das YouNet besuchen, denn hier geht's genauso ab und wie, das sieht ihr jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist mir was passiert, ich wollte gerade drinnen irgendwie so ein bisschen nach Interviewpartnern gucken und da hat sich mir hier einer aufgezwängt, was ich eigentlich sehr positiv finde, denn dieser Mann ist Publicity-geil. Sag mir deine Gründe. Also ich finde Genie Extra so klasse, weil das meine liebste Trace-Sendung ist. Besser wie auf einer Kanal. Und nachts träume ich immer von Genie natürlich, klar. Und natürlich auch von Claudia. Hey, 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 are you gonna come and look my show? Yes, when does it start? Now, are you gonna follow us? Oh, I'm gonna follow you wherever you go. My name is Miss Ketuki Marta, who are you? Marta, I'm Genie X. What do you present with your microphone? Because you're not dancing only, you seem to have anything to say or to do. My name is Miss Ketuki Marta, I'm the girl of your dreams. Are you gonna walk with us? I think so. Is it your husband? I think so. He's my manager, that is Dennis. Hi, Dennis. Oh, you look so great now. Gentlemen, for Germany and Hamburg, hey, come on, what's the show? You've got to move that body. Come sit down. Come on. Come sit down. Hey, where do you come from? I come from San Diego. San Diego. What do you do here? I play a little, play football, play football and teach English. Tell me, please, what do you mean 11 meters in English? Penalty kick. Please? Penalty kick. Can... Penalty kick. Penalty kick. Genau, wie strafkick oder strafkick. Penalty kick. Ein strafkick jetzt hier an dieser Stelle möchte ich nicht vollziehen. Nein. Ich wollte nur sagen, dass ich bin ein großer Fan. Ich habe dich oft im Fernsehen gesehen. Oha, wie lange bist du schon hier? Und das ist eine Ehre, dich kennen zu lernen. Tagler. Ja. Yanke. Ja. Ich habe king estado leer. Ja, ich habe nicht den, da wie ihn nicht gesehen zählt. Wer von Andy. Ja. Und jetzt. Ja. Ja. Was ist dein Hauptpunkt heute Abend? Willst du sehen Leute? Willst du tanzen? Willst du sprechen? Was ist dein Hauptpunkt für dich heute Abend? Ich will tanzen, glückliches Weihnachten! Warum kannst du nicht nur performen, um als Gogo-Gerls zu sein? Ja, ja! Wenn du jetzt gehen willst! Ja, ich denke, es ist gut zu sehen! Okay, ich gehe in die Mitte, danke! Ja, ja! Tschüss! So, und zwischendurch habe ich wieder mal ein paar kleine Grüße loszuwerden. Und der erste kommt von Ralf, der 18 Jahre alt ist und meine Sendung echt, kann ich betonen hier, echt super findet! Danke Ralf! Und jetzt habe ich noch fast zur Jahreszeit ein Karnevalsgrusch von den Fasslamisten in Harburg. Die feiern ihr 25. Fasslam und haben mich im Poster auf einen ihrer Umzugswagen hängt. Und das finde ich wirklich steinstark, dass ihr euch so viel Mühe macht. Kompliment! Vielen Dank! Und ich hoffe, ihr habt es euch gut gefühlt. Wo wir gerade beim Thema Fasching sind, nicht? Ich meine, nicht nur, dass ihr jetzt unter eingeblendet dann nur mal faxen könnt, was das Zeug hält. Eure Grüße! Hallo!